Ist BustyGHG der beste Minecraft-Spieler in Deutschland und ist er auch besser als Dream? Gibt es jemanden, der unbekannt ist, der besser als BustyGHG in Minecraft? Um diese Fragen zu beantworten, habe ich mich ganz tief mit seiner Vergangenheit und der Vergangenheit von Minecraft auseinandergesetzt. Damals, 1992, habe ich das erste Ergebnis gefunden. Damals war BustyGHG der Ersteller von Microsoft. Nachdem er HG erfunden hatte, machte er jeden aufgrund seiner unglaublichen Kompetenz in 0,9 platt. Also war er damals wirklich der beste Spieler. Jetzt ist er der beste YouTuber. Aber ist auch noch gut in Minecraft? Er schafft jede Challenge, egal wie krass. Und das reicht schon, um zu wissen, dass er krass ist. Aber ist er auch noch so krass wie in 1993? Er spielt selten bis gar kein HG mehr. Also gibt es jetzt sicherlich bessere HG-Spiele. Speedruns hat er auch gemacht. Und er hatte Weltrekorde. Dream hat gecheatet. BustyGHG nicht. Also ist BustyGHG besser. Weil Dream der beste Minecraft-Spieler der Welt ist, kann es keinen besseren Deutschen geben. Also ist BustyGHG nicht nur der beste Deutschlands, sondern einfach ein Gott. Tschüss!